Ich werde heute eine meiner extremsten Challenges überhaupt starten. Ich darf Items nur in der alphabetischen Reihenfolge einsammeln und zu jedem Buchstaben auch nur ein einziges Item. Ich muss immer den Weg von A bis Z gehen und wieder von vorne und wieder von vorne und wieder von vorne. Aber genau solche Challenges möchte ich spielen, in denen ich extrem viel spielen muss, grinden und auch sehr viel überlegen. Lasst unbedingt einen Like da, abonniert diesen Kanal, es ist ein einziger Klick und würde mich riesig unterstützen. Und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr an diese Challenge rangehen würdet. Viel Spaß mit diesem Video. Und damit starten wir einen extremen, absolut extremen Grind. Aber ihr wisst alle, dass ich diesen Grind liebe. Wir spielen eine Minecraft Challenge, die mich eventuell ein paar Stunden, vielleicht sogar Tage kosten wird. Aber ich habe sowas von unfassbar viel Bock darauf, denn das, was wir uns hier vornehmen, ist mal wieder ein komplett neues Kaliber. Denn ich werde heute versuchen, Minecraft durchzuspielen. So wie ich das schon mehrmals, sag ich mal, erfolgreich geschafft habe. Aber heute mit einer Einschränkung, die sich auf alle Blöcke, auf alle Items, auf alle Ressourcen, die ich normalerweise so einsammeln würde, bezieht. Denn ich kann nicht frei wählen, wie ich so möchte. Ich könnte jetzt nicht einfach diesen Baum abbauen. Ich könnte nicht einfach Dirt aufsammeln. Ich könnte nämlich jetzt am Anfang nur Items mit dem Anfangsbuchstaben A einsammeln. Und zwar, um ganz genau zu sein, nur ein einziges Item, das mit A anfängt. Und wenn ich das getan haben sollte, dann muss mein nächstes Item entweder das gleiche sein. Also wenn ich einen Apfel einsammle, dürfte ich rein theoretisch noch mehrere Äpfel dazunehmen. Aber das nächste Item dürfte auf gar keinen Fall mit C oder D oder mit weiß auch immer für einen Buchstaben beginnen. Sondern es muss B sein. Es muss fortlaufend der Reihe nach dem Alphabet gehen. Das heißt, mein erstes Item wird mit A anfangen. Mein zweites Item mit B. Das dritte mit C. Das vierte mit D. Immer so weiter. Bis wir beim Z angekommen sind. Und wenn wir ein Item mit Z bekommen haben, fangen wir wieder von vorne an. Mit A. Und das Besondere wird sein, ja, ich werde nebenbei noch versuchen, den Enderdrachen zu besiegen. Wenn ihr euch mal überlegt, es gibt eine Menge Buchstaben. Glücklicherweise gibt es auch eine Menge Items. Und ich habe mir sehr viele Gedanken darüber gemacht. Ist das Ganze, was ich hier vornehme, machbar? Ja, ist es. Und das könnte sehr lange dauern. Und wenn ihr diesen absoluten, wirklich, vertraut mir, das wird hier eine Weile dauern. Wenn ihr diesen Aufwand respektiert, dann lasst unbedingt einen Like da. Abonniert diesen Kanal. Es würde mich riesig unterstützen. Und schreibt mir in die Kommentare, mit welcher Taktik ihr vorgehen würdet. Ich sage euch so viel. Es gibt ein paar gemeine Fallen. Wir können ja schon mal langsam anfangen, uns fortzubewegen und uns umzugucken, was wir denn teilweise hier so in der Umgebung finden. Denn wir müssen uns natürlich jetzt erstmal Gedanken machen zu unserem Item mit A. Es gibt aber, wie gesagt, ein paar Fallen. Man muss bei manchen Items sehr, 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 sehr gut aufpassen. Denn wenn du einen Fehler machst, könnte es sein, dass du ein Item mit einem bestimmten anderen Anfangsbuchstaben nicht bekommen kannst. Das ist nämlich der Fall bei einem Item mit V. Für ein Item mit V brauchst du nämlich ein Item mit S, welches du nur aus einem Item mit I craften kannst. Klingt kompliziert, aber vertraut mir. Ich habe mir Gedanken hierzu gemacht. Und genauso gibt es auch manche Buchstaben, die nur ein einziges Minecraft-Item haben. Das ist unter anderem nämlich der Fall bei V oder auch bei Z. Und das Item mit Z, das ist mehr oder weniger der ganz große Knackpunkt. Das Item mit Z ist nämlich, ich kann es euch schon mal sagen, das wird halt leider mal wieder mit einem Gewitter zu tun haben. Wir reden aber hier nicht von einem Skelettpferd und wir reden auch nicht von einem Wandering Trader. Das sind normalerweise so die Knackpunkten-Challenges, die mich immer wieder sehr, sehr, sehr quälen. Heute ist es der Zombie-Head. Das einzige Item, das mit Z anfängt, welches du in Survival-Vanilla bekommen kannst, ist etwas komplizierter, denn dazu müssten wir ein Gewitter haben, ein Charge-Creeper, ein Zombie töten lassen. Und das kann schon... Ja, es wird super, es wird super, super nervig. Ich habe mir eine bestimmte Taktik dafür nämlich überlegt. Wir werden, wenn wir bei E angekommen sind, auf ein Enchanted Book zurückgreifen mit der Verzauberung Channeling. Das werden wir auf unser Item, was wir mit T ranholen werden, nämlich einen Trident draufpacken. Und wenn wir ein Gewitter haben, dann diesen Charge-Creeper ranholen. Die Frage ist nur, in welcher Zeit wir das hinbekommen wollen, denn ich werde tatsächlich ein Buch in einer Kiste finden müssen. In einer Pyramide, in einem Spawner, in einem Dungeon. Also das kann halt unfassbar lange dauern. Genauso lange kann es dauern, bis ich erstmal zum Gewitter komme. Ich weiß nicht, ob ich mir das ganz so gut überlegt habe. Und falls euch jetzt fragt ihr aber, wie willst du an den Anvil rankommen? Ja, dann sage ich willkommen auf diesem Kanal, wenn ihr noch nie gesehen habt, wie man einen Anvil bekommen kann, ohne diesen zu craften oder im Inventar vorher gehabt zu haben. Das geht. Kann aber auch nochmal sehr lange dauern. Es wird ganz, ganz schlimm. Ach ja. Vorne weg nochmal zwei wichtige Sachen. Es gibt kein Item zum Buchstaben X und auch zum Buchstaben U. Jedenfalls nicht im Englischen. Und wir spielen hier im Englischen. Und wir spielen tatsächlich auf dem Limit. Wenn ich mir überlege, dass wir nach fünf Minuten null Items in unserem Inventar haben, dann wisst ihr, dass ihr auf dem richtigen Kanal seid. Auf einem Kanal, der immer wieder sehr, sehr extreme Sachen macht. Aber erstes Erfolgserlebnis. Wir haben ein Dorf. Und darauf war ich jetzt erstmal auf der Suche. Wir hätten jetzt rein natürlich auch Leaves abbauen können. Aber da haben wir ein sehr großes Risiko, nämlich auch was mit O und S zu bekommen. Nämlich ein Oak Sapling oder ein Stick. Wir wollen erstmal als allererstes zu den Apples. Und die gibt es massenhaft, hoffentlich in den Kisten in diesem Dorf. Dort haben wir nämlich auch direkt Betten, die schon für uns platziert sind. Diese dürfen wir natürlich benutzen. Wir werden sie ja nicht ins Inventar nehmen. Und das Gute ist, sobald wir den Apfel haben, könnten wir auch auf B gehen mit Breads. Die könnten genauso gut in den Kisten sein. Dann haben wir vielleicht erstmal Essensprobleme. Beseitigt. Wir könnten aber bei A, und jetzt haltet euch fest, Basti hat nämlich gelernt. Das ist wirklich wie eine Klausur für mich. Wir könnten aber genauso gut bei A auch Arrows, Endside, Amethyst Shards, ne Elgium ranholen. Oder in der Savanne könnten wir auch auf Acacia Holz gehen. Also auf ein Acacia Lock. Oder beispielsweise in den Dörfer könnten wir auch direkt die Farbearbeiten Acacia Planks nutzen. Würde ich aber erstmal drauf eher verzichten, sondern erstmal auf den Apfel gehen. Und mein Sprint lässt auch langsam nach. Deswegen sollten wir das definitiv tun. Und bis wir das allererste Mal an Tools rankommen, wird es auch übrigens eine Weile dauern. Nämlich unser allererstes Tool werden wir wahrscheinlich bei G bekommen. Durch den Rune Portal. Und ich rede von einer Golden Pickaxe. Und ich muss halt super gut aufpassen, dass nicht random hier auf dem Boden irgendwo ein Seed rumliegt. Oder so ein Hühnchen mal ein Ei legt. Da habe ich gar nicht gedacht. Ja, wir haben natürlich direkt... Ich habe mich schon so gefreut über unser Dorf. Ey, nee. Es gibt hier keine einzige Kiste, weil diese kleinen quadratischen Häuser, die haben halt leider nie eine Kiste in einem Plainsdorf. Ja, ich sage euch aber ganz ehrlich, mit zweieinhalb Hungerkeulen nimmst du ja alles nochmal viel besser wahr. Du bist nämlich nicht so schnell. Du siehst die Umgebung besser. Du kannst es mal ein bisschen genießen. Das ist wie ein großer, langer Spaziergang. Das habe ich letztens auch zu einer anderen Challenge gesagt, in der ich dann verzweifelt bin und eine Sumpfhütte suchen musste. Wir probieren es nochmal mit dem Apfel. Wir müssen halt genau aufpassen, wo wir abbauen. Ich muss jetzt ganz konzentriert starre ich gerade diese Leafs an. Oh ja, unser allererstes Item ist ein Apfel nach zwölfeinhalb Minuten. Und der schmeckt absolut lecker. Und ich möchte auf jeden Fall eigentlich sogar noch ein paar mehr, weil dieser eine Apfel, also an apple per day, keeps the doctor away so. Aber bei mir, glaube ich, bräuchte ich ein paar Doktorenbesuche. Na gut, dann nehmen wir mal den Apfel, gönnen uns mal ein bisschen was. Und ich habe echt Angst, jetzt hier so random Kelp einzusammeln. Kleiner Funfact, im Englischen ist Kelp das einzige Item, das mit K beginnt. Da haben wir das nächste Dorf, Jackpot. So, was haben wir denn hier? Haben wir vielleicht ein Brot? Wir haben sogar noch einen Apfel, den ich ja reintötig noch mitnehmen darf, weil wir ja immer noch bei A sind. Und der schmeckt mir. Okay, hier wäre auch nochmal eine Menge Brot. Sehr gut. So, hier wäre halt auch nochmal mehr Brot. Ich glaube, wir gehen jetzt auf Brot. Wir gehen aufs B, Leute. Der nächste Buchstaben-Switch ist erfolgt. Damit werden wir jetzt erstmal genügend Essen haben. Und wir haben jetzt relativ spontan unsere Taktik geändert. Also vorher war ich eigentlich voll auf dem Film, okay, yo, wir müssen mit Trident extrem grinden. Aber das ganze Gewitterthema könnten wir halt wirklich mit Copperingots. Bro, wehe, Alter, der will mir. Das ist. Okay, wir haben den Trident-Plan, den verwerfen wir. Weg damit. Was ich euch vorhin erzählt habe, wir machen es besser. Bei C gehen wir auf Copperingots. Machen uns bei L einen Lightning Rod und dann stellen wir den neben dem Creeper bei einem Gewitter auf. Wird zwar trotzdem Ewigkeiten dauern. Das heißt aber, dass wir bei C auf jeden Fall Drowns töten müssen. Ohne eine Waffe. Nur mit einer Menge Brot. Könnte anstrengend werden, aber werden wir bestimmt auch hinbekommen. Aber bevor wir überhaupt da hinkommen, müssen wir noch mehr Essen farmen. Ich möchte voll viel Brot haben. Super viel Brot. Und B gibt es ja eh oft in Kisten. Let's go. Zwölf Brote lässt sich sehen. So, ein Mesa-Biom. Könnte man relativ einfach einen Mind-Chef finden. I mean, ein Mind-Chef wäre praktisch, wenn wir halt bei N wären für einen Name-Tag, um eventuell unsere Creeper-Konstruktion vielleicht schon ein bisschen früher abzusichern, dass der Creeper nicht despawnt. Okay. Die Wüste ist am Ende. Das heißt, wir müssen diese Area jetzt erstmal wieder verlassen. Und hoffen, dass wir neue Biome finden. Neue Dörfer. Mehr Brote. Alright, next door. Sehr gut. Ach, irgendwie werden die Brote von mir ein bisschen versteckt. Wir haben lediglich zwei Stück jetzt holen können. Das soll sich mal ein bisschen ändern. Also die Brote, die verbrauche ich ja schon wieder auf dem Weg zum nächsten Dorf. Ja, nochmal zwei Brote. Super. Aber zumindestens können wir hier halt wieder in Ruhe pennen, was schon mal sehr gut ist. Komm, jetzt mal eine richtig große Brotbombe. 14. Yo, Mangrovensum. Auch sehr, sehr gut, wenn wir dann später bei M sind. Aber jetzt momentan noch sinnlos für uns, weil wir sind immer noch erst bei B. Und wollen noch mehr. Mehr Brote. Eins. Mann, warum sind denn hier keine Brote? Komm, jetzt. Ja, nochmal zwei. Let's go. Es wird gut. 19 Brote. Das lässt sich schon mal sehen. Sehr geil. Zehn Brote in einer Kiste. Wir sind bei 26. Oh mein Gott. Das ist so gut. Ja, dann suchen wir hier aber auf jeden Fall noch weitere Dörfer. Wir werden jetzt nochmal pennen gehen. Und dann machen wir noch mehr. Guck mal, Stück für Stück. Hier wird noch ein anderes Item mit zählen. Kompass. Aber wir wollen es mit Copper machen. Sehr gut. 44 Brote nach 90 Minuten. Ey, das geht gut voran. Oh. Da scheint wohl jemand sein Haus zu verlieren. Das ist... Oh nein. Der Arme. Bro. Geh doch da runter. Ja. Äh. Ja, wir knacken bald die zwei Stunden. Unser aktueller Brot-Count entwickelt sich nicht so in eine Richtung, wie ich mir das erhoffe oder wünsche. Ich hoffe, das wird sich noch ändern. Ja, Bro. Was ist denn das jetzt mit den Seeds? Da so auf eklig. Muss ich jetzt ernsthaft warten, bis ich die Seeds despawn, damit ich da reingehen kann? Das Schwein will auch rein. Wenn du mir die Brote vorher wegnimmst. Oh mein Gott. Zum Glück bin ich da nicht reingegangen. So, wir müssen warten, bis der Seed und die Torch dort despawnt. Das gehen wir hin. So, ist es weg. Brote. Bro. Also, das alles für am Ende zwei Brote. Ja, man gönnt sich ja sonst nichts, Alter. Digga, nicht dein Ernst. Oh mein Gott. Und ich weiß jetzt schon, wie sehr ich mich ärgern werde, weil ich noch sehr viel Zeit damit verbringen werde, auf einen Gewitter so zu warten. Boah, jetzt aber wirklich wenigstens eine Brotbombe. Ah, ich bin schon dankbar für alles. Digga, nee. So hatten wir noch gar nicht. Das nächste Dorf. Zweieinhalb Stunden. Ich bin wirklich halbe Weltreise. Nur für Brote. Wir sind nach zweieinhalb Stunden in der Alphabet Challenge bei B. Also, ich sag dir ehrlich, in der Kartografenkiste. So, Steaks, Papier und ein bisschen Brote oder ein Kampas. Bro. Insane. Genau das habe ich gesagt. Let's go. 38. Wir sind back im Game. Ja, kurzes Update. Drei Stunden. Ich bin bei 24 Broten wieder angekommen. Ihr denkt euch, was machst du denn? Ja, ich laufe hier halt ein paar Kilometer. Suche nach Dörfern, die mir am Ende nämlich keine Brote gönnen. Die Kisten sind katastrophal. Ja, ich möchte aber eigentlich einen Stack haben. Einen Stack Brote möchte ich haben, bevor wir auf das C gehen. Also, auf das Copperinget. Und damit habe ich mir erst mal was vorgenommen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Über Essen erzählt. Bro. Ey, das ist unfassbar, was hier passiert. Dreieinhalb Stunden suche ich nach Broten und ich... Es kommt nichts. Es ist nichts in den Kisten. 24. Ey, Savannendörfer haben halt wenigstens so viele Kisten. Das ist halt wenigstens gut. Hier hat halt wenigstens noch jeder irgendwie eine Kiste. Oh, 31. Nach fast vier Stunden Halm-Stack Brote. Und vor zwei Stunden war ich bei 44. Komm, jedes Einzelne zählt. Bitte, Big. Schön. Ja, Leute. 42. Jetzt geht's los. Oh, wir sind fast bei 50. Vielleicht fehlt uns nur noch ein einziges Dorf. Und dann haben wir nach vier Stunden es geschafft, ein Stack Brote zu farmen. Ich hab ja gesagt, ich liebe diesen Grind. Okay. Acht Stück nochmal oben drauf. An die YouTube-Zuschauer, ich hab mich by the way jetzt dazu entschlossen, mein Inventar hiermit voll zu machen. Weil ich bin mittlerweile an einem Punkt in dieser Challenge, in der ich halt sehr viel Zeit investiert habe. Und es in der Challenge, ehrlich gesagt, nicht darum geht, aus Versehen ein Item aufzusammeln. Und dadurch ist die Challenge beendet. Sondern mittlerweile ist diese Challenge so komplex. Und Taktiken schwirren in meinem Kopf herum. Es ist schon, glaubt mir, schwierig genug, alle Sachen, die ich mir vornehme in dieser... Also in einer Zeit, die nicht über mehrere Tage geht, zu schaffen. Deswegen ist das, glaube ich, so erstmal in Ordnung. Denn gerade, wenn ich dann später bei den Drowns Copperingots farme... Es wird ansonsten un... Also wirklich crazy. Bro. Also das ist halt auch unfassbar. Den hier, ähm... Den werden wir nicht mitnehmen können. Mal hier. Komm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Brote. Wir gehen in eine sehr, sehr, sehr stabile Richtung. Und da hinten haben wir sogar noch ein weiteres drauf. Die Dörfer heute an Tag 2 gönnen auf jeden Fall ausgesprochen stabiler. Komm. Bro. Okay, das ist halt das. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das ist halt das, wovon ich die gesamte Zeit rede, Leute. Diese Kisten hätten die ganze Zeit schon kommen können. Aber sie kamen halt nie. Finally, finally sind wir hier am Start. Mit unseren vielen, vielen Broten. Und eventuell können wir uns jetzt langsam mal auf Mission Copper konzentrieren. Bumm. Noch einmal mehr Brot. Eine weitere Schmiede. Komm. Aber stark für Eisen später. Und auch für Obsidian. Obsidian werden wir auch viel, viel laufen müssen. Oh Gott, das wird alles noch sehr anstrengend. Ich würde eventuell noch mal ein bisschen in die Richtung lushern und gucken, ob da was ist. Aber basically haben wir jetzt genügend Brote, um uns dann um Copper zu kümmern. Unser nächstes Item. Das Item mit C. Dahinten ist auch wieder ein weiteres Dorf. Alter, Jackpot. Diese Wüste bockt richtig. Es ist aber auch wirklich eine absolut stolze Bilanz. Wenn ich jetzt nach 5 Stunden fertig bin mit dem Brotfarmen. Leute, was machen wir hier eigentlich? Aber hier diese Dörfer. Savannen und Wüstendörfer sind wirklich so stabil. Weil hier wirklich auch... Die Kisten gut gefilzt sind mit Broten. Junge, also wirklich. Die Brote absolut traumhaft. Danach sollten wir auch nochmal in das Dorf gehen. Alter, es hört nicht auf. Jetzt gerade Brot. Brote ohne Ende. Hilfe. Ich hätte mit allem gerechnet, aber nachdem ich gestern halt... Ihr habt gesehen, wie das halt beim letzten Mal lief. Das ist jetzt maybe auch ein bisschen der Lohn. Der Dank dafür, dass wir halt gestern so viele Stunden... ...richtig, richtig reingehustelt haben. Eigentlich könnten wir hier vielleicht sogar ganz gut Drowns farmen. Und da hinten ist halt noch ein Dorf. Und guckt ihr mal bitte an, wie stacked das Dorf dort hinten ist. Und da ist noch ein Dorf. Mann, was? Ja gut, also ihr versteht, denke ich mal... Ich muss diese ganzen Dörfer jetzt noch upgrinden. Weil alles andere würde ja keinen Sinn machen. Ich habe jetzt noch die Chance für die gesamte Challenge... ...mir einen absoluten Vorsprung, was Essen angeht, ranzuholen. Und natürlich mache ich das jetzt. Oh mein Alter. Es ist so ein Brotparadies. Ey, die ersten vier Stunden waren ein absoluter Witz. Im Vergleich zu dem. Jede Kiste gönnt gerade. Also halt auch wirklich jede, jede. Komm, wir können ja schon mal üben. So läuft das dann nachher beim Copper Farm ab. Ja, das kann schon eine Weile dauern, bis der Tod ist, ne? Alter, warte mal. Rottenflash. Aber genauso würde es dann halt eben aussehen. Er könnte uns mit der elfprozentigen Wahrscheinlichkeit, was voll okay ist, ein Copperingot droppen. Das heißt, jeder zehnte gibt uns ein Ingot. Wir brauchen drei Stück. Heißt im Durchschnitt 30 Stück. Fünf Stunden Brotfarmen. Man könnte vermuten, das könnte eventuell ein Rekord sein. Ist das ein Rekord, auf den man stolz sein kann? Ich weiß es nicht. Komm. Noch mehr Obsidian. Richtig gut. Leute, wir haben über 100... Also wir haben über zwei Stacks Brote. Ich würde noch mal ganz kurz nur mal da abchecken, ob wir vielleicht noch mal was sehen. Ähm, solange wir keinen Copper eingesammelt haben, könnte ich ja immer noch Brote einsammeln. Wenn wir jetzt beispielsweise einen Stack Brote verbrauchen für unser erstes Copperingot, könnte ich ja immer noch sagen, okay, Mission Abbruch. Wir müssen noch mal mehr Brot holen. Das Dorf haben wir jetzt auch abgecheckt. Leute, wir werden uns jetzt um unser nächstes Item kümmern. Und zwar nach fünf Stunden gehen wir auf das C zu. So, wo sind denn meine Drowned-Kollegen? Also normalerweise kann man das auch sehr gut in einem River-Farm. Aber bei Nacht sollten wir hier eigentlich auch gut vorankommen. Es sei denn, wir sind viele mit Tridents. Como estas, amigo? Das wird unser zweiter Drowned, den wir jetzt besiegen. Was? Der zweite! Er gönnt direkt! Okay, dann müssten wir uns aber jetzt wirklich dafür entscheiden. Das heißt dann jetzt auch im Umkehrschluss, ich nehme kein Brot mehr mit. Aber wir haben genug. Leute, wir haben unser Item mit C! Let's go! Dann sind es nur noch zwei Copperingots to go. Drei Stück brauchen wir für eine Lightning Rod. Alright, es gibt jetzt kein Zurück mehr. Und das ist halt ehrlich gesagt auch ein komisches Gefühl. Digga, das ist... Was? Was? Digga, willst du mich verarschen? Was ist denn mit dem Run hier los? Haben wir gerade wirklich Back-to-Back ein Copperingot bekommen? Bro, elfprozentige Wahrscheinlichkeit, dass Back-to-Back... Da sind wir bei ungefähr einem Prozent, dass das so passiert. Bro, was? Wir brauchen nur noch ein einziges... Ein einziges Copperingot und dann sind wir schon fertig mit C. Herz! Ich schwöre, mein Herz ist so stehen geblieben. Rotten Flash und Copperingots sehen leider sehr, sehr ähnlich aus. Oh mein Gott! Mann, komm wenigstens du. Niemals. Bro, wir sind fertig mit Copperingots! Wir haben alles für unsere Lightning Rod zusammen. Und jetzt kommen wir langsam an einen Punkt, über den ich mir noch nicht mal so viele Gedanken gemacht habe, weil... Wir können jetzt anfangen, uns Gedanken über D zu machen. Wir können uns jetzt ernsthaft Gedanken machen, was wir bei D mitnehmen. Nehmen wir Dark Oak mit? Nehmen wir Diamonds mit? Nehmen wir eine Dandelion mit? Nehmen wir Dirt mit? Könnte man auch. Blöcke haben mehr Nutzen als ein Deer. Also ich finde auch, dass Dirt keine dumme Idee ist. Weil wenn wir dann später mal in den Nether gehen wollen, wir werden auf jeden Fall viele Blöcke brauchen. Und mit Blöcken kann ich mir oft mein Leben retten. Dann würde ich mir jetzt halt ernsthaft mit der Hand... Weiß ich nicht. Wie viele Stacks nehmen wir dann mit? Sechs, sieben, acht Stacks Dirt? Also halt schon viel, oder? Unser nächstes Item nach Apfel, Brot, Copperingot wird... The Almighty Dirt sein. Wir sind einen Schritt weiter! Und das bedeutet jetzt für uns erstmal, wir müssen ein bisschen fleißig sein. Der nächste Step nach D, nach D, wird by the way sein, sich um E zu kümmern. Und bei E... Ach, das wird jetzt wieder gefühlt halbe Unterrichtsstunde mit Basti. Wir müssen Emeralds mitnehmen. Und zwar auch wahrscheinlich ziemlich viele. Denn wir brauchen Emeralds, um Q zu schaffen. Warum? Weil das Item mit Q wird ein Quarzpiller sein. Kein Quarz selbst, denn wenn du Quarz selbst im Inventar hast, dann ist es ein Item mit N. Nether Quarz. Wenn du einen Quarzblock im Inventar hast, ist es ein Block of Quarz. Also ein Item mit B. Und deswegen müssen wir es hinbekommen, einen Quarzpiller zu kriegen. Das schaffen wir aber nur durch Traden mit einem Maze. Wie ich das genau hinbekommen möchte, ohne diese Items einzusammeln, das seht ihr dann, wenn wir soweit sind. Aber wir müssen unbedingt ungefähr ein Stack. Also wir brauchen 40 Emeralds. Wir werden aber ein bisschen mehr farmen. Okay, stopp. Das reicht jetzt. Wir haben hier, weiß ich nicht, ich weiß nicht mehr genau, wie es hier vorher aussah, aber wir haben auf jeden Fall eine Menge Dirt gefarmt. Ich denke, das sollte dann erstmal ausreichen. Und deswegen machen wir uns jetzt auf die Suche nach dem nächsten Buchstaben. Dieser wird ein E sein. Emeralds. Diese Emeralds werden wir in Dörfern finden. Wieder weiter Dörfer fahren, aber auch primär über Shipwrecks. Und damit haben wir den nächsten Buchstaben. Wir sind bei E angekommen. Sehr, sehr gut. Ich kann ja schon mal, by the way, sagen, dass das nächste Item, was wir mitnehmen werden, ganz sicher ein Flint and Steel sein wird. Halbwegs erste Waffe, aber auch zeitgleich unser Schlüssel, um dann später in unser Portal reinzukommen. Zwei weitere Emeralds. Emeralds. Zwölf. Aha, Pyramiden lohnen sich. Sechs Stunden. Und mein Inventar sieht so aus. Naja, man nimmt sich ja immer wieder was Neues vor. Perfekt. Ozean, endlich, Bro. Jetzt das Emerald-Paradies. Oh, zwei Stück. Oh, ohne Boot dauert es so lange, zu Shipwrecks zu kommen, aber bitte gönn jetzt wenigstens viele Emeralds. Alright. 25 Emeralds. Lässt dich sehen. Fünf weitere fürs Konto. Let's go. Emeralds. Ja. 45. Aha. Die Dörfer, die lohnen sich schon teilweise. So, wir steuern, by the way, auf die sieben Stunden zu. Es sieht monumentan so aus. Wir haben, ja, immer noch schon noch viel Essen, zum Glück. Sind bei 53 Emeralds. Ich möchte auf Nummer sicher gehen und einen Stack holen. Und dann sehen wir mal weiter. Alright. Wir haben unseren Stack Emeralds. Nach sieben Stunden und zwölf Minuten. Und damit könnten wir rein theoretisch uns auf jeden Fall dann später Pfeile kaufen. Aber eben auch uns um das Item mit Kuh kümmern. Ich hoffe, dass das dann auch alles so klappt. Da hinten, das nehmen wir auf jeden Fall auch nochmal mit. Noch mehr Emeralds können auf jeden Fall nicht schaden. Und dann können wir uns mal langsam Gedanken um das F machen. Ja, das hat sich definitiv gelohnt. Jetzt wird als nächstes F kommen. Und für F müssen wir Ausschau halten nach einem Rune Portal im besten Fall. Und das nächste Item mit F, da habe ich mir auch viele Gedanken drüber gemacht. Es gibt schon ein paar nützliche Sachen. Wie eine Fishing Rod. Es gibt beispielsweise, es gibt beispielsweise eine Feder. Es gibt aber auch ein Flint and Steel. Und ich sage euch ehrlich, ein Flint and Steel ist, glaube ich, von allen Sachen mit F das Sinnvollste. Naja, würde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viel überlegen. Sondern wir nehmen uns das Flint and Steel und haben damit unser F-Item. Und sind damit schon wieder beim nächsten Buchstaben. Und mit dem Flint and Steel, das ist mehr oder weniger unsere erste Waffe irgendwie. Mit der können wir uns ja auch verteidigen. Damit könnten wir rein theoretisch uns gegen so manche Monster durchsetzen. Also wir können sie halt anzünden. Ob es am Ende eine Menge bringt? Hm. Aber auf jeden Fall erstmal ganz gut. Denn wir brauchen das Flint and Steel natürlich auch später. Wenn wir dann beim O angekommen sind, wollen wir natürlich unser Obsidian Portal. Das ist unsere einzige Möglichkeit, um in den Nether zu kommen. Wir müssen das ja auch irgendwie anzünden. Und ich glaube, das könnte ansonsten ein bisschen schwierig werden. Mit Holz kann man es auch machen, in der Nähe von einem Baum bauen. Aber Flint and Steel, 100%ige Rate, dass das dann halt am Ende aufgeht. So ist das sehr gut. Und wer das Alphabet kann, weiß auch, dass jetzt als nächstes das G kommen wird. Mein G-Item hatten wir gerade schon auch in diesem Rune Portal gesehen. Denn es gibt das erste Material, welches wir auch ranholen können. Es hätte vorher auch Diamantspitzhacken geben können bei D. Aber Gold-Pick-Ax wird, glaube ich, mein nächstes Item sein. Auch am sinnvollsten im Vergleich zur Gold-Axt oder eben auch zum Gold-Schwert. Und das wir, was wir auf jeden Fall nicht vergessen dürfen, ist, wir dürften ja auch rein theoretisch mehrere Spitzhacken mitnehmen. Eine mit Silk-Touch mitnehmen. Wir können eine mit Fortune mitnehmen. Wir können eine mit Mending mitnehmen. Und ich glaube, das wird das Wichtigste sein, dass wir auf jeden Fall jetzt bei G eine Gold-Spitzhacke mit Mending anbekommen. Weil wir diese dann auf jeden Fall unendlich lang benutzen dürften. Ich bin aber ehrlich gesagt noch am überlegen, ob wir vielleicht bei F sogar noch ein weiteres Flint and Steel mitnehmen. Wir halten auf jeden Fall erstmal Ausschau nach weiteren Rune Portals. Und wenn wir dort halt Feuerzeuge sehen, dann werde ich diese Feuerzeuge auch auf jeden Fall dann erstmal mal rausnehmen. Ich glaube, mit zwei Feuerzeugen, zwei bis drei, da sind wir auf jeden Fall auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja, so richtig Rune Portal-mäßig sieht es hier noch nicht so aus. Ähm, haha. Hoffen wir, dass sich das doch bald ändern könnte, würde. So, acht Stunden sind auch mittlerweile geknackt. Ich möchte aber einfach nur aus diesem Growth-Biom raus. Digga. Holy Shit. Powder Snow in Kombination mit einer Spinne. Da kann ich echt gerne und gut drauf verzichten. Und hier haben wir endlich ein weiteres Rune Portal. Das hat jetzt echt noch weiter gedauert. Noch ein Feuerzeug. Noch ein Feuerzeug. Sehr, sehr gut. Das nehmen wir mit. Wir könnten sogar noch ein drittes mitnehmen. Ich meine, schaden kann es nicht. Drei Stück kann man sich schon mal gönnen. Und dann wäre jetzt die nächste Mission. Unser Item mit G zu finden. Oh mein Gott. Das ist auch mal ein sehr, sehr interessanter Fund. Also die kann auf jeden Fall später noch sehr, sehr praktisch sein. Falls wir später nämlich vielleicht dort einen Envil benötigen werden. Halt ultra gut. Was mich natürlich jetzt fast schon ein bisschen ärgert, ist, wenn wir jetzt bei D wären. Oder besser gesagt, wenn wir das nächste Mal bei D sind, gehen wir hier hin und hoffen auf eine Diamant-Chestplate in einer Kiste direkt. Das wäre nämlich rein theoretisch möglich. Oh, finally. Das nächste Rune Portal. Wie gesagt, also traumhaft am besten wäre eine Mending-Spitzhacke. Logischerweise aus Gold. Für G haben... Dann müssen wir weitersuchen. So, Kiste gefunden. Kiste gibt eine Spitzhacke. Mit Unbreaking 3. Das ist halt auch richtig gut. Und damit gehen wir auf unser erstes G-Item. Und zwar eine Gold-Spitzhacke. Die hält sogar eine Weile. Aber ich würde so oder so trotzdem gerne eigentlich noch eine Mending haben. Aber wir sind auf jeden Fall jetzt erstmal wieder einen Schritt weiter. Und es sieht cooler aus, mit einer Spitzhacke in der Hand rumzulaufen, als mit Dreck. Nächstes Rune Portal. Ich möchte gerne eine weitere Spitzhacke haben. Ja. Ja, also ich meine Fortune 2. Das ist okay. Eine weitere Spitzhacke. Auf geht's. Nächstes Rune Portal. Das Essen wird knapp. Bro, ich habe jetzt legit alles, was es aus Gold gibt, in Kisten bei Rune Portals gefunden. Aber nicht das, was ich brauche. Gold-Spitzhacke. Ey, Mann. Ich weiß jetzt nicht, was ich tun soll. Weil eigentlich habe ich gesagt, noch ein Rune Portal. Weil unser Essen wird langsam so knapp, dass wir keine andere Wahl haben. Und sagen müssen, wir kümmern uns jetzt um das H-Item. Und das H-Item wird halt Heu-Hayballs sein. Ja, ich denke, wenn wir jetzt das nächste Dorf finden, müssen wir das so machen. Heu-Beinen werde ich aber nicht direkt zu Brot und verkraften können. Weil wir das eh, also wir können von H, können wir erst zu W gehen. Weil wir dann halt Weed haben. Ich möchte so schnell wie möglich zum M, um Melonen mir abbauen zu können. Damit wir wieder ein bisschen mehr Essen haben. Und dementsprechend. Boah, jetzt wird es halt... Das ist halt jetzt tough, ne? Ich gucke nochmal, ob wir hier irgendwo ein Rune Portal haben. Aber wir haben insgesamt halt echt viele Rune Portals abgecheckt. Wir haben nun mal Fortune 2, Unbreaking 3, Spitzhacke. Wir könnten uns halt rein theoretisch das gesamte Inventar voll machen mit Gold-Spitzhacken. Und könnten damit so viele Blöcke abbauen. Aber so oft wird die Situation jetzt auch nicht kommen. Es ist praktisch, weil wir damit jetzt rein theoretisch noch mehr Items bekommen können. Es wäre jetzt rein theoretisch auch möglich, damit Cobblestone zu bekommen. Wir könnten damit auch eben netter Sachen abbauen. Es ist halt einfach praktisch. Aber bevor ich jetzt noch weiter rumsuche und nach Rune Portals loote, haben wir unser Item mit H unter mir. Heubein. Ich glaube, dass wir mit dem Heu auf einem guten Weg sind. Und dementsprechend switchen wir auf den nächsten Buchstaben. Wir haben H auch mit am Start. Und ich werde mir dann auf jeden Fall, also auch denke ich mal, für den ein oder anderen MLG genügend mitnehmen. Ist dann jetzt die erste Möglichkeit, mit der wir Fallschaden reduzieren könnten. Und ich glaube, ich würde jetzt erstmal dann alle abbauen. Aber ich sage auch ehrlich, mehr als ein Stack werde ich auch nicht brauchen. Das heißt, das H wird uns auch nur eine ziemlich kurze Zeit begleiten. Und nach dem H, er guckt schon so ein bisschen, kommt das I. Und das I wird zu 100% ein Iron Ingot. Wir müssen auf Iron Ingots gehen. Aber wir brauchen halt relativ viel. Ich würde mir auf jeden Fall eine Schere machen, damit wir bei Faune Wein abbauen können. Deswegen ist I auch ganz, ganz wichtig. Weil das baut sich jetzt aufeinander auf. Ich würde aber direkt auch noch ein bisschen mehr Eisen mitnehmen, damit wir vielleicht für später uns eine Eisen Chessplate machen können. Dass wir irgendwann vielleicht sogar uns eine Iron Spitzhacke craften können. Was auch immer. Oder halt uns looten können. Alright. 64 Heuballen. Das sind halt massig Brote. Für irgendwann oder wann auch immer. Ich könnte noch ein bisschen mehr mitnehmen. Aber ehrlich gesagt, würde ich jetzt dann direkt von H auf I switchen. Und dafür... Boah, vielleicht ist das sogar ein bisschen Essence Waste. Das sollte... Es ist auch perfekt gespawnt. Perfekto! Meine Damen und Herren, damit haben wir unser Item mit I. Ich muss ganz gut nachgehen. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Zack! Und sogar ein weiteres Achievement. Und zwar Acquire Hardware. Und damit haben wir auf jeden Fall unsere Schere. Garantiert schon am Start. Aber ich möchte noch ein bisschen mehr Eisen. Ja. Sieht schon mal gut aus. Ich würde sagen, 20 reicht aus. Wir gehen auf das J. Und bei J gibt es nicht viel Sinnvolles, was mir wirklich viel bringt. Also Jukebox, Jack-o-Lantern. Eher nicht so. Dann gehe ich erstmal auf den Jungle Lock. Das ist das allererste Mal, dass wir jetzt Holz in dieser Challenge haben werden. Ja, wir tun es. Jungle Lock. J ist am Start. Und davon werden wir uns dann direkt auch ein bisschen mehr holen, würde ich sagen. Zu Planks verarbeiten dürfte ich dann erst beim nächsten Mal. Weil das halt ein neues Item ist mit, ne? Name Jungle Planks. Ja. Deswegen. Oh mein Gott. Das ist nicht dein Ernst. Jopp. Da haben wir ein Gewitter. So. Ein Stack Locks gefarmt. Sehr, sehr gut. Damit haben wir das J-Item eigentlich auch durchgespielt. Und können uns um K kümmern. Das K-Item, das werden wir auf dem Wasser, oder besser gesagt, im Wasser finden. Ganz ehrlich, ich würde, also, ich finde, K ist ein Buchstabe, bei dem du normalerweise denken würdest, jo, da gibt es voll viele Items. Aber es gibt wirklich nur Kelp. Nur Kelp. Und ja, es gewittert, by the way. Was aber nicht schlimm ist, weil, pff. Kelp. Haben wir. Und damit. Ja. Ich würde mal ein Stack davon mitnehmen. Ich meine, Schaden kann es ja nicht. Und dann machen wir direkt weiter mit dem L-Item. Da gibt es halt Lantern, es gibt Leather, es gibt Lapis. Du könntest ein Loom machen. Aber unser Item steht schon ein bisschen länger fest. Und zwar machen wir uns eine Lightning Rod. Mit dieser Lightning Rod werden wir dann später das Item, was wir bei Z brauchen werden, schneller bekommen hoffentlich. Und nach L kommt M und dann haben wir endlich wieder was zu essen. Weil langsam wurde es jetzt echt eng mit Essen. Dann werden wir uns nämlich dort im Dschungel Melonen holen. Aber jetzt heißt es erstmal mit unserem Einbrot irgendwie überleben und es in Richtung Wüste schaffen, um dort irgendwo ein Crafting Table in einem Dorf zu finden. So, also, wenn wir Glück haben, ist hier ein Crafting Table. Also, ich kenne diese Häuser eigentlich mittlerweile auswendig. Es wird in einem dieser drei Häuser auf jeden Fall ein Crafting Table sein. Wenn nicht sogar schon hier. Nope, das ist eine Kiste. Dann hier. Unser Item mit L. Ein sehr, sehr wichtiges Item, wofür wir extra schon viel Zeit investiert haben in Drowns. Wobei das eigentlich relativ lucky schnell ging. Ist eine Lightning Rod. Und mit diesem wunderbaren, tollen Item sind wir in der Lage, ohne Probleme, also es wird schon noch trotzdem ein bisschen verkrampft. Aber wir können mit diesem Teil Blitze während eines Gewitters in eine bestimmte Richtung zu leiten. Oder besser gesagt zu uns. Und das Ziel des Blitzes sollte natürlich dann auch ein in der Nähe stehender Creeper sein. Welcher sich dann zu einem Charge Creeper entwickelt. Mit diesem Charge Creeper können wir einen Zombie in die Luft sprengen. Und dieser Zombie würde dann uns einen wunderbaren Zombie hätte. Unser einziges Item mit Z droppen. Dazu brauchen wir aber erstmal einen Gewitter, einen Creeper, einen Zombie und ein bisschen Glück. Also ganz kurze Frage. Wenn ich den Kollegen abbaue, dann droppt ja einen Melonen Slice. Auf Englisch einen Melon Slice. Wenn das Ding jetzt irgendwie anders heißt, haben wir ein Problem. Aber wird schon. Melon Slice. Oh mein Gott. Wir haben wieder was zu essen. Und damit sind wir jetzt beim nächsten Buchstaben. M. Und wir werden jetzt erstmal viele Melonen farmen müssen. Weil wir haben zu wenig essen. Wie viel haben wir denn jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Ey, ich kann ja auch nicht wirklich beantworten, wie vieles 6 Melonen ich kaufen werde. Aber. Nein. Oh mein. Bro, oh mein Gott. Also das wäre jetzt halt das Blödeste, was passieren kann. So, ich würde jetzt mittlerweile sagen, dass wir genügend Melonen haben. Wir werden jetzt so oder so noch den ein oder anderen Dschungel finden. Wir werden jetzt ungefähr 10.000 Blöcke laufen müssen zu unserer Mansion, die wir gesehen haben. Denn mein Item bei N soll ein Name Tag sein. Das könnte ich vielleicht auch in einem Mindshift finden. Also jetzt ernsthaft, Mindshift ist eine gute Option. Ich möchte einen Name Tag haben, damit ich rein theoretisch einen Creeper, für später bei unserer großen Gewitteraktion, worauf ich mich schon super sehr, also wirklich saustark freuen werde, dass ich dann rein theoretisch den Creeper die Möglichkeit gebe, dass er nicht die spawnt. Oder einem Zombie einen Name Tag geben, damit er nicht die spawnt. Also vielleicht sogar mehrere Name Tags. Diese Name Tags kann ich aber auch nur mit einem Anvil benutzen. Also sprich, Name Tags in den Anvil umbenennen. Ja, ihr merkt schon selber, ein Anvil könnte ein bisschen problematisch werden. Oh mein Gott. Name Tag? Name Tag! Oh Gott, wir bräuchten eigentlich zwei. Und oh Gott, ich müsste dann jetzt schon halt von dem Melon runtergehen. Alter, das ist mein zweiter OP-Gap, den ich finde, ne? Das ist halt echt eine ganz, ganz bittere Pille. Boah, okay, Leute, wir müssen uns jetzt entscheiden. Nehmen wir den Name Tag jetzt mit und gehen auf N und sagen, dass diese Melonen reichen werden? Ja, wir könnten, wenn es halt eng wird, nehmen wir spätestens bei R. Nehmen wir dann rohes Schweinefleisch mit. Äh, wir nehmen ihn mit. Wir gehen auf unser N-Item. Boom! Wir sind bei N gelandet und haben einen Name Tag. Und damit wir den jetzt auch umbenennen können zu irgendwas, müssen wir erstmal ein Anvil finden in einer Mention. Aber ich weiß, wo eine Mention ist, denn wir haben vor kurzem eine gesehen. Da muss ich jetzt aber ungefähr 6.000, 7.000 Blöcke hinlaufen und hoffentlich werden diese Melonen reichen. Ich glaube, ich werde auch nicht mehr Sprintjumpen und hoffentlich noch einen zweiten Name Tag finden. Aber in der Mention selbst könnten wir ihn auch nochmal finden. Da ist sie! Die Woodland Mention. Und hoffentlich gibt es dort einen Anvil. Ich sehe schon nochmal auf jeden Fall eine Sache. Einen Katzenpo. Also hier ganz oben werden wir jetzt erstmal nichts finden. Boah, da reinzugehen wird, by the way, auch riskant, ne? Also wir haben halt auch keine Rüstung, wie ihr wahrscheinlich sehen könnt. Naja, jetzt entscheidet sich erstmal eine Menge. Haben wir hier einen Anvil? Weil wenn wir keinen haben, dann müssen wir halt so oder so nochmal in eine zweite gehen. Ja, wir haben einen Anvil. Das ist richtig gut. Bro, ich sage euch aber ehrlich, warum mussten da jetzt halt drei Stück sein? Ja, es gehen mir so viele Sachen durch den Kopf. Ich hätte jetzt einfach die Räume zubauen sollen. Gar nicht erst da lang laufen sollen. Ich habe ein bisschen gehofft, dass ich da noch ein bisschen mehr Platz habe. Dass es da hinten nochmal um die Ecke geht. Und so bin ich jetzt halt tot. Passiert. Ich glaube, wenn wir halt einen neuen Run starten, es wird gar nicht so lange dauern alles. Weil das Einzige, was halt wirklich lange dauern würde, ist Copper Farm. Wenn wir einfach ein bisschen mehr Glück haben mit den Broten und uns vielleicht von vornherein Koordinaten von Rune Portals mit Obsidian, mit maybe Name Tags, dass wir uns das alles schon mal rausschreiben. Weil ich würde vom Prinzip beim nächsten Run das genau so nochmal spielen. Genau so, genau so.